Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming HD Freunde, ich bin Seuer Fabian und mit dabei sind Tom und Tommy. Moin. Ja, ein herzliches Moin Moin erstmal. Ja, draußen ist das Wetter scheiße, im Spiel ist das Wetter schön, wir haben es 9.33 Uhr. Und wie ihr seht stehen hier einmal mein Privatwagen, der Elwe Klein und da hinten steht so ein Fahrzeug. Ja, da wahrscheinlich schon viele mitgekriegt haben, ist ein Platz in der Wache 1 noch frei. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, was wir hier machen. Ja, das Fahrzeug ist angeliefert worden und wir kriegen halt jetzt ein neues Fahrzeug und wir müssen das jetzt ja hier wegholen. Wir gucken es uns jetzt erst nochmal an, ob alles da ist, ob alles da dran ist, ob alles in Ordnung ist. Nicht, dass wir ein halbgammeliges Fahrzeug kriegen. Na, Jungs? Ja, das ist der Scheiß. Dann will ich mal gucken, dass alles da drauf ist, was da drauf sein soll und ne? Ey, sag schon mal hallo. Ja, hier, meldest du uns dann an, dass wir da sind? Ja, hallo. Wir wollten das Elf abholen. Ja, die Hassbohnen sind schon mal da drauf, die sind auch gut. Wasser, dann müssen wir gleich noch befüllen, ne? Ja, das ist ja aber normal, ne? Ja. Ja, Rolltore funktioniert. Hier sind drei B- und ein C-Slauch. Hier sind vier B- und ein C-Slauch. So wie wir es bestellt haben, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Müsste eigentlich alles gut sein. Sollten wir mal einmal kurz die Pumpe einmal starten? Funktioniert. Okay. Ich probier mal den Blau aus. Funktioniert vorne und hinten? Ja. Blitzer gehen auch. Funktioniert. Ja, dann hau mal Martin. Geht Martin auch? Mach mal ein Blinker. Dann baut ihr das Fahrzeug schon mal so weit zusammen. Ich gehe eben kurz sagen, dass wir das so, dass alles okay ist. Ja, das ist super. Wir nehmen das Fahrzeug so mit. Ja. Da unterschreiben, dass wir das mitgenommen haben. Okay. Hast du Geräträume zu? Ja. Sind alle zu, oder? Okay, kriegen wir dann noch die Bestätigung, dass wir das unterschrieben und bezahlt und sowas haben? Okay, dankeschön. Sonst noch irgendwas? Okay, wer will man? Tschüss. So. Hier, ähm, Tom? Ja? Hier ist noch eine Mappe für die Fahrzeugpapiere. Und da sind einmal die ganzen Bescheinigungen drauf, dass wir das bezahlt haben, dass wir das abgeholt haben und nochmal der Ersatzschlüssel. Die Bescheinigungen lege ich auf dem Sitz, die Papiere verstecke ich schon oben in der Sonnenblende. Okay. Dann würde ich sagen, aussitzen, wa? Ja. So, tschüss. Schönen Tag noch. Tom? Fahr vor. Tommy? Danach? Okay. Let's start. Denk dran, 30er-Zone, ne? Ja. 12.11 an Leitstelle. Leitstelle hört. Ja, kurze Meldung. Wir sind jetzt mit dem neuen Fahrzeug 1221.1 auf dem Weg zur Wache und melden uns mit dem Fahrzeug an, wenn wir an der Wache eingetroffen sind. Ja. Hat Leitstelle verstanden? Ne, Leitstelle hat verstanden. Boch, ho, ho. Ja. Sog. ja ach wie schön dass wir die Einweihungsfeier noch nicht gemacht haben dass das alles so still verlaufen ist und das noch keiner wirklich mitbekommen hat ja ok das war mal ein etwas anderes Video mal so eine Überbringungsfahrt und dann gibt es noch eine kleine Information wir werden momentan damit die Fragen der Zuschauer besänftigt werden wir werden in nächster Zeit keine Streams machen da wir eben auch wieder Videos machen wollen und da das im Moment für uns einfach einfacher ist und ja heute Abend gibt es dann wieder ein Einsatzvideo schaut doch rein und Ciao Ciao